Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Have Fun. Ja, heute spielen wir Cat-Lateral Damage. Ich habe keine Ahnung wirklich, um was es geht, sage ich jetzt mal. Alles, was mir mein Caroline gesagt hat, ist wohl, dass wir eine Katze sind. Und mehr will ich eigentlich gar nicht wissen. Ja, das reicht völlig aus. Das reicht bei mir wirklich völlig aus, dass ich eine Katze bin. Und ja, Cat-Lateral Damage, abgeleitet würde es wahrscheinlich vom kollateralen Schaden sein, also ja. Vor allen Dingen muss ich sagen, diese Katze, die da gerade in diesem Startbildschirm sitzt und ihre Pfote ganz niedlich putzt, die sieht so ein bisschen so aus, wie ich mir dich als Katze hätte vorgestellt. So schwarz, mit so einer weißen Nase und den weißen Pfoten. Weißt du, was der Funfact daran ist? Nee. Sie sieht aus wie Luna. Ah ja. Und das ist meine alte Katze. Die sah fast genauso aus. Ich zeige dir danach mal ein Bild von ihr. Die sah fast genauso aus. So. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Ich habe davon gehört, habe es Helmut erzählt und er war dann natürlich sofort Feuer und Blameweil Katze. Was hat das ursprünglich gekostet auf Steam? 10 Euro oder sowas hast du doch gesagt, oder? Ja. Und dann gab es bei Steam so ein Schlussverkauf und wir hatten 2 Euro oder sowas gekostet. War voll cool. Und dann gab es das für 24 Stunden oder so, gab es das noch für 2 Euro und da habe ich ja gleich zugeschlagen. Ja, das war schon witzig, weil normalerweise ist es ein bisschen teurer. Also jetzt auch nicht teuer für ein Spiel, aber... 10 Euro ist nicht teuer für ein Spiel, denn du hast dir immer noch nicht Uno gekauft. Äh, ja. Irgendwann mal. Und du hast dir immer noch nicht Golf-It gekauft. Ähm... Aber Stardew Valley. Das hast du schon länger. Das haben wir schon ganz lange. Ja. Achso, ja. Marcells Account, den ich auch... Also ich habe mir für dich extra Stardew Valley gekauft. Du wolltest es von mir ja nicht haben. Weil es nicht ging. Du hast mir die Kontodaten nicht gegeben. Ich habe gesagt, wir machen das mit Essen. Wir machen das auf meine Art. So, ich würde mal sagen, bevor das jetzt hier noch länger dauert. Spiel mal für meine Runde. Cat-Lateral Damage. Weißt du, die Leute haben jetzt schon wieder ausgeschaltet. Wahrscheinlich. Jetzt alles schon wieder abgeschaltet. Pisser, wir schalten hier mal. Ich deopinier dich. Ich de... Hier, sprich mit Donatello. Ja, es ist doch echt fies. Man will ein Spiel angucken und die Leute labern erst mal 5 Stunden. Das hasse ich auf Konzerten auch. Wir gehen jetzt erst mal auf Tutorial so. Let's learn how to playcat lateral damage. Ach, das Spiel ist auf Englisch. Hauptsache, Kyo dreht mir englische Spiel an. Knock objects onto the floor. Okay. Und wie? Ah, okay. So kann ich... Okay. Move and VS... Okay, typisches VSD. Alles klar. Swat? Was ist Swat? Ah, okay. Yeah! Siehst du, das ist schon perfekt gerade. So. Okay, Jump. Ah, ich kann... Okay, schön. Sehr schön. Und ich schätze mal, ich soll jetzt alles runterschmeißen. Ah, das sehe ich... Ah, okay. Links sehe ich, was ich runterschmeißen soll. Hüppasar! Er sagen... Felsen runter! Das ist ein... Das ist ein freaking Ernst! Oh, ist das cool! Das ist nicht dein Ernst. Hüppasar! Hey! Kannst du auch kratzen? Äh, nein. Ich kann nur anscheinend so wischen. Aber als Katze muss man doch kratzen können. Naja. Ja, vielleicht... Das ist ja gerade noch Tutorial. Bam! Fahr runter! Runter! Aber geh auch kaputt! Warum willst du das kaputt machen? Es ist kaputt gegangen! Oh. Guck! Guck! Komm her! Zack! Sehr gut! Hey! Besser! Kriegst du die Schubladen auf? Manche Katzen sind ja so schlau und schaffen das. Ja, meine war tatsächlich so schlau. Oh, da ist ein Bild! Wo ist denn mit der? Wer braucht schon Bilder? Oh, ich bin runtergefallen. Hauptsache, das ist ein Bild von jemandem, der seine Katze da präsentieren wollte. Wahrscheinlich. Irgendwie so ein Bild mit seiner Katze drauf. Und das hat er dann auf Facebook auch gepostet. Ich liebe meine Katze. Das ist ein 0815-Bild und das hängt einfach mal mit in diesem Spiel. Und dann diese echte Katze. Hast du's gesehen? New photo unlocked. Du hast es runtergeschmissen. Ja. Hallo, Niti. Was soll ich machen? In the box to continue. Jump in the box, okay? Hör besser! In die... Oh! Oh, jetzt bist du müde vom Tischdürmen. Vom lauter kaputten... Was? Miauvilus! Sehr gut! No, go! Make some messes! Okay. Das gefällt mir! Ist ein Tutorial. Das ist ja easy. My new food is disgusting! Time to make a mess, geil, ey! Das gefällt mir gar nicht hier! Scheißessen hier! Was hier? Was fällt dir ein hier? Das war Ikea-Essen hier! Was ist los mit dir? Hä? Was ist los mit dir? Die hat mir Schappi vorgehalten! Man, ich bin so ein Köter oder was? Hä? Wo ist mein Kaviar? Ja! Ja, aber gar nicht hier! Wo ist mein Kaviar? Was ist los? Mein Kaviar! Oh, ich bin runtergefallen. Kann ich dich noch weiter runterschmeißen? Dann mehr Punkte dafür bekommen? Nö. Oh, du bist aber auch echt noch schlecht, ne? Es tut mir leid, dass ich nicht als Katze geboren bin. Ja, siehst du, ich hab's gesagt. Kaum beginnt die Aufnahme. Ich verstehe, Helmut und ich telefonieren schon irgendwie seit einer Stunde oder so. Ja, so knapp. Jetzt fangen die Vögel an. Es ist üblich. Fünftlich zur Aufnahme. Es ist üblich. Geh weg! Man gut, du kommst da als Katze nicht an den Vogelkäfig ran gerade. Oh, ist der Vogelkäfig? Achso. Er hat gemeint, bei mir ist ein Vogelkäfig. Hö, besser! Und drunter da. Da ist noch ein Zeitraum da, krass. Anscheinend. Gehen wir doch mal hin. Gehen wir doch mal hin. Oh, das läuft auf Zeit. Ja, Mann. Event! Was ist Event? Event, a free upgrade has appeared. Wo? Da, a new upgrade. Hä? Ach, in einem anderen Raum. Ach, in meinem ersten Raum ist es. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, gerade noch. Oder? Ne, jetzt ist es weg. Schade. Ich habe es nicht mal rechtzeitig geschafft. Ich habe zu spät gecheckt, wo es ist. Ja, ja, ja. Mach mal hier. Oder du? Ja, alles raus da. Raus da. Raus. Das ist meine Box. Was? Da ist noch was drin. Meins. Das ist meine Box hier. Was? Wo ist... Wo bin ich? Ach da. Ich habe mich durch die Wand geglitscht irgendwie. Die Perspektive einer Katze ist doch echt ganz schön fies, wenn man das jetzt mal so sieht. Eigentlich schon. Alles ist so riesig. Oh Gott. Oh, oh. Da fühle ich mich so. Oh, schau mal. Das ist eine Spielekonsole. Das ist eine NES. Runter damit. Hier, runter damit hier. Schau mal, noch mehr NES-Controller. Oh, wie viele Controller haben die? Schau mal, ist das ein Controller von so einer Atari? Oder wie die hieß? War das... Nee, von einer Atari war das nicht. Aber es kommt in die Richtung, definitiv. Schon, gell? Hier, runter damit hier. Alles meins. Alles meins. Hey. Ich habe gesagt. Runter. So. Jawoll. Kann ich den Fernseher noch runterschmeißen? Wenn sie... Ja. 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 Runter damit hier. Ja, komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Ah. Oh, der hat gleich 10 Punkte gegeben. Das Videorekorder auch unter... Geil. Alter, das ist... Es ist so mies. Das ist richtig mies. Oh, wie es hier ausschaut. Oh, ich bin auf dem Klo. Cool. Also ich merke gerade, es läuft auf Zeit und ich schaffe das nie und nimmer. Ich glaube auch nicht, dass es... Also ich glaube, 190 Punkte sind die Punkte, die du erreichen kannst. Und dann kannst du halt immer versuchen, deinen Highscot zu brechen. Ja gut, aber ich bin doch im Tutorial. Nee. Nicht? Tutorial war das erste, was wir gemacht haben. Kann ich das runterrollen hier? Ja, geht! New Upgrade! New Upgrade! Was ist das für ein Upgrade? Ich habe keine Ahnung. Aber Zeit ist hoch. Was kriegt einen das? Ich weiß es nicht, aber es hat die Zeit beendet. Ja? Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was runtergeschmissen. Wo ist der Fernseher? Wo ist der Fernseher? Da ist er! Ja, Fernseher runtergeschmissen. Oh mein Gott. Da sind wir wieder, nachdem es uns wunderbar aus dem Spiel rausgehauen hat. Jetzt wissen wir wenigstens, warum das Spiel nur 2 Euro gekostet hat. Und wir haben jetzt einfach mehr Möglichkeiten. Literbox-Mode oder Objective-Mode. Ähm, Kaiju? Ja. Was nehmen wir? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach das obere. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann nicht mehr schimpfen! Oh mein Gott! Sie haben Namen! Nippy, Lynn und Will. Sie haben Namen! Da, ich spiele Charlie hier. Go. Oh mein Gott! Those humans will play. Will pay. Oh mein Gott. Ich liebe es. Okay, los geht's. Ja, mein Essen hat nicht geschmeckt hier. Ja, das würde ich auch nicht schmecken hier. Jawohl. So, ja, runterhau dir. Es ist so dumm eigentlich. Es ist mega dumm. Aber irgendwie auch witzig. Runter da. Ja. Also das ist eigentlich schon fast wie jetzt Trash. Meinst? Schon so ein bisschen. Ja, aber irgendwie ganz ehrlich. Was ist das für Kastensocken? Ich habe keine Ahnung. Sie zieht solche Socken an. Oh mein Gott. Das war irgendwie zu viel Weichspüler. Weg damit. Ja, der Scheiß. Was wird das für Socken? Also schlechter kann man das auch nicht designen, oder? Lego Socken. Ich glaube, in Wirklichkeit spielt das Spiel ja in Lego City. Guck dir mal diese Blumen an. Oh Gott. Sie sind wunderschön. Damn. Diese Blumen sind wunderschön. Event. Wo? Ja. Wo muss das Upgrade? Schnell. Kann man Speedrennen machen? Miau. Da. Was auch immer das ist und was immer man macht. Keine Ahnung. Swat and Craze. Wahrscheinlich wische ich jetzt größer oder so. Oh. Oh. Scheiß. Die Wand an. Runter mit dem Geschirr. Oh, es geht sogar kaputt. Wenn Herrchen zurückkommt, werden dir die Ohren langgezogen. Ich sage es dir. Ja, was? Jetzt haben wir lieber mal hier was Gescheites messen geben hier. Alter. Pass auf, dass du dir die Pfoten nicht verbrennst. Runter mit der Bratpfanne her. Hä? Jetzt gibt es hier Chinesisch. Unten im Regal war noch hammer viel. Hier ist auch hammer viel. Raus damit. Hier ist mein. Das ist mein Territorium. Hier. Ihr zahlt alle keine Steuer. Was? Ihr zahlt auch keine Miete. Raus mit euch. Lass uns endlich mal wieder aufräumen. Ja. Der ganze Scheiß liegt schon wieder in den Schränken. Oh, ich gehe ins Katzenklo. Ich muss mal kacken. New upgrade. Oh, direkt bei dir. Wahrscheinlich kann ich jetzt noch besser kacken. Ein Vogel. Jump in the Trill. Oh, ja. Oh, ja. Ich spring definitiv höher. Ach, cool. Ach, was? Dann kannst du hier die Upgrades holen. Rup damit. Besser als beim ersten Mal. New upgrade. Was ist das? Du hast den Wurm. Wie das Wort in Craze, okay? Ja, was? Die braucht sich nicht schön machen. Die ist so pot-hässlich. Die wird da doch nicht schöner. Ich bin die einzige Muschi hier. Ja, ist doch was hier. Raus damit. Schau mal, ist Halloween. Ein Kürbis. Raus damit hier. Mainz. Ah, das ist noch eine Gabel. Raus. Ihr Menschen, ihr und eure Gabeln. Kann ich den Kühlschrank aufmachen? Nein. Cool, man hört immer noch, dass ich das Wasser aufgedreht habe. Da ist ein Fernseher. Was schaut ihr euch hier was an? Habt ihr euch so gedacht? Runter damit. Jawoll. Runter. Was? Runter damit. Jawoll. Ja, ist noch mehr hier. Da ist das dumm. Yeah. Pflanze. Was ist your upgrade? New photo unlocked. Das ist meine Katze. Wahrscheinlich. Wieder Jumping Crazed. Okay. Oh, schau mal, da kann ich hier doch sicherlich das... Nee, kann ich nicht. Okay. Jawoll. Ja, das runterschmeißen. Ja, ja. Kannst du jetzt noch... Kannst du jetzt noch höher springen? Ja. hui. Krass. Komm her, geh weg. Jawoll. Und die haben auch alle Namen, die ganzen Katzen. Na, komm schon. Yeah. Ja, jetzt geht's ja ab hier. Merkst du, dass du jetzt stärker schlagen kannst? Oder merkst du da keinen Unterschied? Ja, doch. Weil du ja zweimal SWAT... Es haut schon definitiv weiter, ja. Okay. Also man merkt schon definitiv... Alter, du bist richtig gut. Helmut. Alter. Ja, ich hab's fast gehabt. Krass. Helmut. Was geht denn hier ab? Hier, die Superkatze. Wir sind wieder zurück beim am besten programmiertesten Spiel der Welt. Bis jetzt hat es mich erst zweimal rausgeworfen. Es ist ja schon mal was, ne? Macht ja nichts. Nach jedem Level einfach mal. Ja, irgendwie schon. Es schmeißt mich jedes Mal aufs Neue raus. Wissen wir, fürs nächste Mal können wir uns doch vorbereiten. Drei, zwei, eins. Irgendwie ja schon. Alexa, erzähl uns einen Katzenwitz. Wieso saufen Katzen abends Schnaps? Damit sie morgens mit einem Kater aufwachen. Wow, also diese Folge geht's heiß her, ja? BUM! Na Helmut, wollen wir zusammen Schnaps trinken gehen? Machen wir, wenn ich in Hamburg bin. Es ist für die Frage, ob du auch mit einem Kater aufwachen willst. Oh, ist das schlecht hier? Hier. Oh, sie heißt Obi. Guck dir die Katze an, sie heißt Obi. Oh, wir lassen uns Obi nehmen. Obi-Wan Kenobi. Aber erst ne Litterbox? Was ist Litterbox? Keine Ahnung, ist irgendwas anderes. Okay, wir nehmen Obi. Go! Sie sieht auch ein bisschen glüschiger aus. Es ist eine kleine, fette Katze. Ach, sie ist doch fett. Runter damit! Hüah! Hüah! Stell das runter! Okay. Ja, ich raste hier aus. Runter! Hüah! Jawohl! Ja, mittlerweile bin ich schon gut. So, Bücherstütze muss ich runterhauen. Die geben mir einen Bonus, steht da. Ah ja. Und zack! Oh, das ist ein Pokal, guck mal. Wahrscheinlich haben die den Pokal für die schlechtesten Herrchen der Welt bekommen. Weil das Katzenfutter schmeckt scheiße! Hier, runter damit! So. Kannst du Alexa mal fragen, ob sie behindert ist? Okay. Alexa, bist du behindert? Oh. 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 Ja, ich hab nur Oh gehört. Ne, es hat dümm gemacht. Ich glaub, sie ist beleidigt. Frag sie mal, ob sie beleidigt ist. Alexa, bist du beleidigt? Ich? Niemals. Hahaha. Ja, dann ist er gut. Ich? Niemals. Bin ich beleidigt? Hahaha. Ich bin Alexa. Ehh. Hahaha. Oh mein Gott. Moon Gravity. Es ist... Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Ja, ich verstehe. Wie cool ist das denn? Oh, geil. Runter damit. Jawoll. Hier, wie alles in Zeitlupe so runterfällt. Voll cool. Ja. Nein. Alter, du bist eine Cybercat, ey. Übelst du. Alexa, bin ich eine Cybercat? Hüa. Boah, das klappt sogar. Hüa. Hüa. Ähm. Es ist so dumm. Alexa, was ist Schwerelosigkeit? Alter. Bei einem Körper, der in einem äußeren Gravitationsfeld der Schwerkraft ausgesetzt ist, versteht man unter Schwerelosigkeit denjenigen Bewegungszustand, in dem diese Schwerkraft nicht spürbar ist. Yeah, Bildung auf meinem Kanal. Deine Mutter. Weil deine Mutter nach Apfelsaft stinkt. So. Runter damit, ja. Genau. Deine Mutter ist so schwer, dass alle anderen im Raum schwerelos werden. Deine Mutter ist so fett, sie hat ihre eigene Gravitation. Genau. Runter damit hier, ja. Jawoll. Ey, die Fernbedienung auch runter. Ey, die schauen sich die ganze Zeit die Pornos an, ja. Ich bin die einzige Muschi. Ich bin hier die einzige Muschi. Ich bin hier die einzige Muschi. Du bist schon bei 172 Points. Krass. Ja, natürlich, ich muss der beste Spieler in dem Jahr sein. Oh, da, hau alles runter, Mann. Ja, ich bin dabei, Mann. Frag Alexa mal, warum Katzen so unendlich cool sind. Alexa, warum sind Katzen so unendlich cool? Darauf habe ich leider keine Antwort. Alexa, du bist eine Schlampe. Das hast du nicht gehört, übrigens. Das ist mir doch egal. New Upgrade. Kurz kratzen hier. Ey. Äh, amt da. Jumping Grace. Ja, alles runterschmeißen hier. Ich will die 230 haben. Und ich denke mal, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Oh, da gab es oben, ja. Da waren noch Sachen. Oh, hier auch. Ja, aber ich komme da irgendwie nicht hoch. Okay. Aber 230 wird, glaube ich, schon eng. So, hier habe ich wieder Klopapier. Setz mal, habe ich immer einen Boost bekommen, wenn ich das gemacht habe. Und ist auch wieder so. Ah, okay. Das heißt, du hast jetzt schon ein Muster. Ist das so ein Jump? Ja, jetzt kannst du da oben hochspringen. Sicher nicht. Und hier habe ich auch einen Boost bekommen. Ja, aber du hast nur noch ein paar Sekunden. Ja, aber es ist nochmal Jump. Ah, okay. Jetzt kannst du da. Nö, da komme ich immer noch nicht hoch. Dann geh mal unten wieder rein ins Badezimmer, unten im Regal waren noch Sachen drin. Jetzt bist du hoch. Da war nicht das Badezimmer. Naja. Bahn. Bahn. Bahn sind auch noch Sachen. Ja. Runter mit euch hier. Er meint, woher ist ja cool. Alles runterschmeiß hier. Alter, wie sieht das aus? Ja, so wie es aussehen muss. Sei fucking ernst? Kannst du das Kissen runterschmeißen? Ja. Ah, wieder nicht geschafft hier. Achtung. Aber komm, fünf Punkte. Weil wir den Part jetzt hier beenden, bevor ich auf Continue klick. Wir wollen den Part beenden, bevor wir auf Continue klicken, oder? Weil da muss ich nicht nochmal rein. Okay. 100% schmeißt mich jetzt wieder raus. Wir sehen uns ja gleich, meine Freunde. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir da einfach mal. Und ähm. Frag mal Alexa, ob sie den Part beenden kann. Alexa, kannst du mir auf Wiedersehen sagen? Das weiß ich leider nicht. Was? Alexa sagt Tschüss. Tschö. Sehr gut. Sehr gut. Also gut, meine Freunde. Das war dann mein letzter Fun für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.